Der Frühling kommt, wie man sieht, kommt der Frühling. Es lässt sich nicht verbergen. Das Wetter wird halt eben schön. Blauer Himmel. Naja, der Wind ist noch ein bisschen stark. Die Temperatur ist auch noch ein bisschen kühl. Aber wie gesagt, dann sieht Ostkapelle viel, viel schöner aus, trotz Wind. Der Frühling kommt, wie man sieht, wie man sieht. Der Frühling kommt, wie man sieht.